In den vielen Gesprächen mit den jungen Menschen hier in Wiesbaden, die ich auf meiner Tour durch den Wahlkreis getroffen habe, habe ich auch eins gespürt. Die jungen Menschen haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Allein 11.000 junge Menschen sind hier in Wiesbaden ohne einen Berufsabschluss, ein Fach- oder Hochschulabschluss. Das ist ein Thema, wofür ich mich besonders stark einsetzen werde, weil auch ich in meinen früheren Jahren einen relativ schwierigen Zugang zum Arbeitsmarkt hatte. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir jungen Menschen eine Perspektive geben, eine Aufgabe in unserer Gesellschaft geben und wir auch bereit sind, in diesen Menschen zu investieren, dann bekommen wir von diesen jungen Menschen auch etwas in die Gesellschaft zurück. Und aus diesem Grund ist es ein Ziel der Sozialdemokratie, über 20 Milliarden zusätzlich in die Bildung zu investieren. Junge Menschen brauchen eine Perspektive. Junge Menschen brauchen eine Zukunft. Diese Perspektive und die Zukunft, die gibt es nur mit uns, mit der Sozialdemokratie. Und darum werbe ich um eure Erststimme. Das Lafayette und die Zukunft der Zukunft zu starten. Das Lafayette und die Zukunft zu starten.